ja zusammen da bin ich wieder mit meinem let's play zu command the conquer der tiberium konflikt remastered edition auf seiten der not ganz genau liebe leute und wir waren ja beim letzten mal hier in dieser bauch die doktor von mission und wir hatten tatsächlich damit die mission die habe ich jetzt schon abgeschlossen gehabt ich bin einfach in meinen letzten speicherstand reingegangen und bin nach unten gefahren und habe einfach das ding mit einer artillerie platt gemacht ganz genau leute da würde ich sagen machen wir direkt mal weiter ich sehe hier ist rad mosambik ok leute dann würde ich sagen vorletzte mission war richtig cool okay leute dann katzin ich hoffe ich kann dir vertrauen die gdi hat uns die pläne und den prototyp unserer wichtigsten waffe gestohlen ich nenne sie mantel des schweigen technisch gesehen ein tarnpanzer hol ihn zurück natürlich ohne ihn zu beschädigen und sorgt dafür dass man die gdi droiden dort nie wieder dazu benutzen kann mir etwas zu stehlen ganz genau leute wir haben eine neue waffe schau dich das an ein tarnpanzer ich glaube den können wir sogar in dieser mission das erste mal bauen ja und genau da würde ich mal sagen ich habe schon mal in die mission reingespielst ja solches an das ding schießt raketen und ja am anfang leute müssen wir sehr schnell sein das ist einfach so weil ich habe schon mal reingespielst in die mission wenn man jetzt hier rechts weitergeht dann kommt man und panzer ja leute die die gdi die haben hier mal mit panzer ganz genau wie von den russen damals die guten alten mammut panzer so dann hier kommt nämlich gleich noch ein panzer und ja genau der der penner so und natürlich kann dann noch ein wenig mehr raus aber egal unten ist eine basis der anfang ist jetzt sehr schnell aber hier muss man schnell sein das ist einfach so einer invasor weil euch brauche ich erstmal nicht ach so ja den war so gut dann kommt jetzt gleich der sammler währenddessen können die raketen mannigen mal dahin und da kann ich dann auch schon mal ein türmchen bauen genau leute so genau leute so perfekt und dann habe ich hier ein turm und baue ich noch ein turm weil seht ihr das da da stehen die geschütztürme noch das ist nämlich eine ehemalige gdi basis und lauf doch nicht durchs tibirium mann so kurz spezialisierung genau und hier kurz der blech haufen ja dass die energie ausfällt das ist gewollt glaube ich vom spiel so genau du kannst ja darauf schießen ich muss die türme erst mal platt machen bevor ich mit dem sammler raus kann sonst wird der sammler hier platt gebracht so leute gut wenn ich jetzt hier nach rechts gehe kommt glaube ich ein panzer oder so wartet mal das kriegen wir schon hin hier so dann zack und das hier verkaufen alles klar meine müde jetzt aber gut und dann kann ich nämlich gleich hier oben sammeln super leute dann kann ich die wieder nehmen und hier unten das ist ganz wichtig hier unten habe ich so einheiten ich hoffe dass der gegner mir den nicht platt macht weil sonst weiß ich nicht mission 10 not weil sonst weiß ich nicht wie man diese mission schaffen soll wenn der die platt macht weil es gibt nämlich noch eine sache da unten ist noch ich brauche ich hier eigentlich nicht mehr so du machst sie bitte platt so dann brauche ich jetzt nämlich gleich eine flak bzw eine flara dann brauche ich ein flugfeld oder nee erst mal noch eine erst mal noch eine raffinerie ja ich habe kein geld ich weiß ach hier okay ja ja klar ich hoffe wie gesagt jetzt gerade mal dass der gegner nicht diese einheiten da unten platt macht weil die brauche ich der macht die schon wieder platt ne der macht die einheiten hier platt ich verstehe es nicht leute spiel laden warum macht er die einheiten platt ich hab da echt keinen plan ne wartet mal muss ich vielleicht damit zuerst ne wartet mal ich brauche mal eine raffinerie doch raffinerie muss ich vielleicht mit den einheiten zuerst da agieren das kann natürlich sein so leute da muss ich da tatsächlich zuerst mit agieren hier so basis wird angegriffen aber ich kann doch nicht beides gleichzeitig machen hier so ich kann doch nicht alles gleichzeitig machen mensch ach so gut dann gut alles klar ist allerdings da ist doch da drauf ja toll egal würde er macht schon wieder hier schon wieder hier was willst du ja mit den einheiten hier und ach du da seht ihr das da ist nämlich ein panzer ja toll das habe ich nämlich jetzt auch schon wieder verkauft sie ist das also der macht irgendwie hier immer meine einheiten hier unten platt normalerweise ich kenne das anders von der mission ist doch doch mal ich kenne das anders hier weil wir müssen nämlich alle die eis platt machen und schaut mal da da ist ein mammut panzer das ist keine chance keine chance leute ich habe da keine chance wenn der die einheiten platt macht ich weiß nicht warum der die einheiten platt macht hätt ich das vielleicht zuerst machen sollen ich weiß nicht eh ich weiß nicht echt nicht heute ja ist ja gut so dann macht ihr mal macht ihr wie muss ich die hier denn aufstellen so wie muss ich die hier denn aufstellen damit er die nicht platt macht so oder irgendwie was keine ahnung ja der ding ist es wieder weg damit ihr die hier unten nicht kalt macht so weil ich brauche diese einheiten ich brauche diese einheiten da unten so du machst die ganadieren mal platt bitte und die raketentypen auch so oh man aha jetzt hat er mein kommando platt gemacht okay das ist aber schon mal gut das speicher ich mal mission 10 matt so leute dann nehme ich mir die hier oben halt und ich nehme mal wieder nach unten weil hier drin ist nix heute hier ist nix tatsächlich und ja dann gut leute haben wir schon mal einen kleinen einstieg hier hin ja ich brauche unbedingt die zweite raffinerie tatsächlich ja dann versuchen wir hier hin zu kommen dann versuchen wir hier hin zu kommen so leute dann die nächste raffinerie und bitte hier hin und dann direkt ein flugfeld nämlich die mal mit hier so dann können die beiden sammler nämlich mal hier vorne sein so aber da kommt der kommt nämlich gleich mit einheiten angeschissen sobald ich hier sammle genau leute na geht aber noch geht aber noch so perfekt und bringt die scheiße nach hause los noch hat er noch lässt er meine einheiten da in ruhe so jetzt soll da kommt dann nämlich schon seht ihr dort und hat den jeep im arsch und den panzer da am besten und ja dann er macht wieder nix der macht wieder nix hier ja dann keine ahnung dann warte mal mit den sammeln hier so so gut mach die panzer platt nicht auf den jeep auf den panzer mann so gut dann geht ihr mal weiter sammeln bitte äh boah der hat einen turm platt gekriegt haha aber gut egal puh siehst schon mal gut aus ey ich brauch diese einheiten da unten Mensch oder wat mal na ich geh mal erstmal mit denen hier los so wenn da oben stillstand ist dann geh ich jetzt erstmal mit denen hier los ähm die fünf männiken da die brauch ich auf jeden fall ey so grenadiere so und hier grenadiere so zack genau so jetzt ist kein uuhh da ist der panzer ok ok da sind zwei raketentypen so dann aha wunderbar ey so dann kann ich jetzt direkt seht ihr das mantel des schweigens aber erstmal gummipanzer leute was zur was zur Hölle ach du heilige ey hörst du auf boah so fahr mal diese invasorenplatte so leute dann würde ich sagen bau nochmal die töne wieder auf hier alter der assi der hilft aber auch nicht ne so ja natürlich klar na klar ihr seid doch bescheuert leute ihr seid doch bescheuert ok gut dann kann ich die verkaufen nö ok dann schießt die mauer halt im arsch die hier auch ja komm die können doch nix hier eh so jetzt sind die artillerien schon wieder weg ich glaub das nicht naja gut ich glaub das einfach nicht ne jetzt sind die artillerien schon wieder weg ich weiß nicht warum gut aber die manneken können auf den panzer gehen los ja da ist nämlich der panzer ganz genau so leute ähm dann ich brauch mehr verteidigung ey definitiv aber erstmal ne werkstatt ach du heilige oh das sind so viele die mich hier verarschen wollen eh so dann alter schwede äh ja boah boah meine Güte es sind so viele Sachen hier das Schiff da unten geht mir auch auf den Sack grad aber gut boah hohohohoho alter Schwede ey so dann wo ist der Mammut in Ordnung Konstruktion schon dabei so ich muss da glaub ich noch in Ordnung Alter da ist dieser Mammut okay gut äh Tümchen Energie verdammt gestoppt abgebrochen gut aber ich muss mich halt erstmal einmauern hier so gut ich hab's jetzt noch nicht gespeichert ich würd sagen speicher das mal Mission 10 Not 2 so Bots 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 da ist nämlich der einzige Doppelrohrpanzer tatsächlich hier äh jo dann haben wir den ja auch erledigt na dann ist jetzt eigentlich hier nix mehr oder hier dürfte nix mehr sein Leute nur noch ein paar Dorfbewohner genau nur noch ein paar Dorfbewohner richtig oh dann haben wir das ja Gott sei Dank ey Joe ja hey Joe so dann na gut hier zack zack oh tatsächlich ja gut dann bauen wir noch einen Sammler und Artillerie Artillerie Tarnpanzer werde ich mal bauen und ein Not-Mod ganz genau hier und hier zack so gut dann haben wir das nämlich hier unten sehr schön sehr sehr schön Leute und dann können wir hier auch weiter machen so 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 und Bots und Bots und Bots so hey so 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 die Türme die ballern auf das Schiff da ja so und schon habe ich kein Geld mehr ja na gut so dann macht ihr erstmal hier so zack da ist der Geldkiste schau euch das an Leute da ist Geld oh mein Gott es gibt hier doch Kisten wusste ich gar nicht mehr okay geil Leute auch wo denn jetzt schon wieder was zur Hölle so ich baue hier meine Armee weiter auf Leute schau euch das an so genau dann noch ein Türmchen ah Moment mal Obelist des Lichtes das ist quasi okay ah schaut mal hier der Tarnpanzer Leute der sieht so cool aus alte Grafik der sah sehr so aus ah scheiße boah ist das verwechselt so wir können nämlich gleich ein Obelisk des Lichtes bauen Leute das ist nämlich die Tesla Spule äh vorne guck mal eine Conquer 1 so ungefähr genau wow Leute und ja dann habe ich die das habe ich das ja jetzt hier geschafft so wutz wutz ja sehr schön Leute gut die sind nämlich auch extrem teuer diese Tarnpanzer ne 900 kosten die wow so Leute dann zeige ich euch gleich mal den Turm den Verteidigungsturm jawohl jawohl breche auf so Leute und du sag ach du scheiße wo fahrt ihr denn hin wieder ey wo fahrt ihr denn hin sagt mal sagen wir doch hier oben jawohl breche auf hab ich hier noch meine paar Miniken so sehr gut Leute den 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 haben wir schon mal breche auf das war schon mal wichtig ey 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 ja gut egal lasst euch von dem nicht da reinziehen so dann hier zack mir macht die alle kalt ja geil okay so Leute dann Obelisk des Lichtes zack und schau euch das an zack das ist die beste Waffe die es hier die beste Verteidigungswaffe die es hier gibt in dem Spiel ey ha 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 schalt das Ding an oh mein Gott das ist so krass die gibt es auch nur bei der Not zack und das Schiff ist weg ha 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 das ist dieser Turm ist einfach nur übelst übelst und ja so langsam aber sicher kommen wir tatsächlich der vollen Arsenal stärker der Bundeskraft nee tatsächlich ja viel ist es nicht mehr so und dann Motorrad bisschen Karte erkunden fahren komm Erkundungstour so das Ding ist fertig sehr schön so und zack ihr seht das ist er zieht extremst viel Energie aber es lohnt sich halt auch hier die beiden Silos so oh und dann kann ich hier jetzt wieder meinen Einheitenmix bauen so liebe Leute gut nein Schild ich hab den Sammler angeschossen ha 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 ja jetzt kommt der Gegner nämlich mit allem was er hat ne da ist ein Tarnpanzer angekommen cool da kommt Luftangriff in Ordnung in Ordnung worauf wow natürlich voll auf meine ja klar ja dann schießt auf den Orca komm dann schießt auf den Orca ha 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 geil ok cool äh gut ey du sollst reparieren so so Leute dann ach du scheiße was zur ey so was zur Hölle der ist doch ein Panzer oh man zack so dann seht ihr jetzt mal die verheerende Wirkung dieser dieser Abwehrwaffe schau ich das an der Panzer zack mit zwei Schüssen weg ey zzzzz ich find den Sound so geil der Sound ist einfach unnachartig so genau Leute dann hier nochmal reparieren so Konstruktion fertig wir können eigentlich noch ein Motorrad brauchen hier ne äh jo gut so aber ja Leute und der Sommler der kann man hier oben mit weg sammeln oder ach quatsch macht doch hier das so Konstruktion fertig wir sehen ein bisschen mehr von der Karte tatsächlich so dann haben wir den Part hier unten auch erledigt schon mal gut schon mal gut schon mal gut okay gut dann schon dabei breche auf ist es wirklich nicht mehr viel dann ist es jetzt eigentlich echt nur noch Armee aufbauen ähm Karte zu Ende erkunden und dann angreifen ja tatsächlich schon dabei die Meniken die brauche ich nicht mehr hier jawohl Leute ja bababam 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 haha genau weißt du was ja oder keine Ahnung bababam jawohl zeig auf schon dabei genau ach das ist geil das ist geil ich finde es echt schade dass die Bruderschaft keine Luftwaffe hat keine Luftwaffe hat finde ich echt schade ach der Sander ist schon über so ein paar Meniken drüber gerollt so und zack und zack zack ja genau oh man das ist schon das hat schon Stil ja bababam so musst du pfff ok jawohl breche auf ja gut ok Leute dann hoffe ich mir dort euch das nach wie vor hier gefällt und freut mich dass ihr nach wie vor dabei seid genau so was soll ich die denn lagern mal dazwischendurch äh das ist alles so verwinkelt hier ne gut not mod komm nochmal hier bitte und zack so dann geh wir hier hoch die Meniken und dann werde ich noch die Karte erkennen die sind auch sehr schnell muss ich sagen diese diese Tarnpanzer hier die sind richtig geil weil schaut mal machen sie sichtbar und schießen Meniken äh schießen äh Raketen richtig geil wow das ist verheerend schaut euch das an Luftangriff natürlich wieder auf meine Angriffsarmee das ist nicht wahr das ist nicht wahr immer auf meine Angriffsarmee oh oh Act of Instinct die neue Version ja schon geil schon geil so liebe Leute dann was ist denn mit dem los der steht auch okay ja so dann was brauche ich noch ich brauche noch zwei Flammenpanzer und zwei davon okay wo sind die Flammenpanzer ah da den baue ich ja schon okay alles klar so liebe Leute dann weitere Einheiten produzieren wo ist das NotMod ah toll toll gut NotMod shit boah die kostet immerhin 500 mehr als die Artillerie krass so bang bang so ach da ist es doch ach ja gut egal doppelt hält besser so ach man jetzt kommt hier dieser blöde Orca diese blöden Panzer jetzt genau und hier drauf da los genau der Orca ist schon mal weg schon mal gut so ach alles klar ich habe wieder den Sound gehört so ach ich liebe diesen Soundtrack ist einfach geil so dann gut hier haben wir nämlich angefangen beim letzten Mal ach du hey 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 heller gut dann bau den nach scheiße dieser Penner hat mir seinen Sammler weggenommen na gut gut mehr geht ja hier nicht ne zum aufdecken ne ok ok gut egal ähm der Sammler steht da rum und macht nix das ist auch geil ey ja er ist jetzt fährt er ne jetzt fährt er los hier na gut ok oh was ist was haben wir denn hier aha ok Penner hab mir ein ein Motorraddecken oh ein hintereingang ach nein schau mal da da ist ein hintereingang ich verstehe was soll ich jetzt machen sonst waren wir ja nicht genügend Zeit um einen Weg über den Fluss zu finden sie müssen also bei ja ok das ist klar da ist ein hintereingang verstehe verstehe jawohl gut ja gut dann bauen wir den Tarnpanzer fertig und dann den Sammler der Sammler perfekt so Leute dann haben wir jetzt mal ein Standbein und dann machen wir den ah nein jetzt kommt er schon wieder mit immer auf meine Angriffsarmee immer auf meine Angriffsarmee und immer auf meine Artillerie die Gummipanzer sind dem egal nö, die Artillerie ja, keine Ahnung aber gut, Leute, dann würde ich sagen warte ich die Einheitenproduktion jetzt noch ab beziehungsweise die Kohlelieferung und dann würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat liebe Leute, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da er würde mich sehr freuen und lasst die Glocke läuten und dann würde ich das jetzt mal speichern wartet mal, Mission 10 und dann würde ich sagen, wie es hier weitergeht, Leute sehen wir beim nächsten Mal wieder und ja, dann wünsche ich euch noch ein schönes Weihnachtsfest weil die Folge, die kommt ja am ersten Weihnachtstag hoch genau und ja, dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten Mal wieder tschü tschü tschüiks tschü tschü t tschü tschü Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020